Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Dienstag erwartet uns nochmals ein schöner Sommertag. Mit einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen um die 25 Grad starten wir in den Tag. Am Nachmittag können sich örtlich Gewitter entladen. Diese Wetterlage können wir eins zu eins auf den Mittwoch spiegeln. Am Donnerstag klettert das Quecksilber nur noch bis auf 20 Grad. Der Tag beginnt mit Regen. Später lässt sich auch mal die Sonne blicken. Immer wieder müssen wir uns aufgewittrige Schauer einstellen. Auch der Freitag kommt recht durchwachsen daher. Bei Temperaturen um die 20 Grad kann es den ganzen Tag über zu gewittrigen Schauern kommen.